ich habe keine einladung aber ich kann auch nicht beitreten ich muss eben eine einladung schicken aber du kannst mich auch einladen ich konnte jetzt so nicht beitreten turnier uns yep das turnier vorbei aus schade egal können wir das machen egal jawohl ich bin hinten ja mal zu lange in luft guck schon kein bus ja passiert ich dachte jetzt machen wir hier schon ein double team weiter klaut er uns den ball kein thema ich kleider schon ich kleider schon für uns da bin ich weit von entfernt alter dann brauchen wir Paco da dreht er sich nicht nein ach schade aber ja 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 sie ich bleib hinten komm komm der ist drin er kommt doch ran Ah drüber, schade Kevin währt ab noch schön Parade ich bleib hinten nicht zu früh freuen, sonst gehts gleich wieder ganz in Hause, alter jetzt springt meiner nicht hoch wir sind wir sind wir sind Ich sehe neue Explosionen, Alter. Ich spring rein, ah geht nach hinten, hier ist schon raus, Mann. Oh, Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. Fuck. Ich bin hinten. Oh. Komm zu dir. Komm, der fliegt rein, Alter. Oh. Hast du noch, Michi? Ja, sehr schön. Einer von denen ist schon raus, ne? Oh, er hat mich tot. Oh. Ja. Ja. Und dann zack. Ich bin hinten. Jetzt machen die gleich noch Ausgleich. Ja. Jetzt raus. Ja. Ja, ich habe auch zwei Vorlagen noch gemacht und ne Parade, ey. Ist auch ganz okay. Noch. Ja. 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 Okay, wir haben das Pistole an, ne? Ja, das ist jetzt Silber 3, ne? Warst du nicht gerade Silber 2? Okay. Ja. Okay. Yoh. Boah, er tickt erstmal mit dem Ball hier oben. Ah, er luft ihn über mich. Mann, nicht richtig getroffen. Der ist drin, oh schade. Nein. Der war, sehr schön. Der war, sehr schön. Ja klar. Ach, schade. Ah fuck, jetzt rammen wir uns. Ach, schade. 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 Ach. Ach, schade. Ach, ich bin extra gebremst, Alter. Ach, schade. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. War ich einen Tick zu schnell? Ich bin hinten. Zack, sagt er. Das war's für heute. Das war's für heute. Nein. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, Alter. Ich bin hinten. Das war's für heute. Ach, Mann. Ach, laber doch nicht. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja. Ja. Schade. Aber der eine ist schon. Was ist denn? Okay. Humpty Dumpty. Am Start. Das war's für heute. 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 Wird du mitmachen? jetzt habe ich schön aufgelegt ich habe Mann, ich komme nicht nach vorne, ich bin hinten. Boah, ihr schubst mich die ganze Zeit hier. Nein. Mr. Ines. Ja. Ja. Läuft, läuft. Ja. 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 Oh, dreh dich doch um. Traumhaft. Ja, Siegi. Der Dinis. Ja, wäre mir nicht schlecht. Ach, Mann. Ach, Mann. Ach, Mann. Ach, Mann. Sehr schön. Bei absolut zur Gewalt. Genau, genau. Nein. Jetzt kommt der Hub bei uns rein. Zack, boom. Ich bin hinten. Ja, klar. Entschuldigung. Ja, klar war nicht. Lenkt er den noch ab. Ach. Sehr schön. Ich bin hinten. Oh, fuck. Oh, sehr schön. Sonst hätte ich Mittelgold. Jetzt gehen sie raus, oder? Ich bin hinten. Ich bin hinten. Ich bin hinten. Sehr schön. Jetzt gehen sie aber raus, glaube ich. Ja, siehste, hab ich dir doch gesagt, dass es weit über 100 geht. Warum ist los? Ach, Zahnschmerzen. Ach, Zahnschmerzen locker. Nee, beim Sieg musst du länger machen. Bei einer Niederlage kann man nicht aufhören. Sehr schön. Sehr schön. Schön gemacht. Ja. Latte und... Zack, einmal unter der Latte und nochmal rein. Ja. 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 Das war's. Boah, ich hab nur gerammt. Eigentor. Immerhin Michi Hedrick. Immerhin. 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 Oh, Entschuldigung Kevin. Ich. Kommt rein. Kommt rein. Kommt rein. Jawohl Kevin. Ja, aber wenn er Zahnspänzen hat. Joistik halte. Falsche Joystick. Das ist scheiße. Kann man nur Schmerzablette fressen. Ja Moinsen. Ja Moinsen. Ich ging ja jetzt nicht auf seine eigene Tor, ne. Ach, falsch vorbei. Ich schieß vorbei. Kommt Michi. Kommt Michi. Ach. Mann. Sehr schön Michi. Traumhaft. Marc-André Perstegen. Na, ich komm nicht dran. Kommt zurück. So muss das laufen, ne. Wir müssen das laufen. Was vielleicht. Vielleicht. Das habe ich gehört. Vielleicht die letzte Runde. Schmeiß hier ne Schmerztablette rein, dann läuft das. Achso, ok. Das ist nicht so geil, hilft nur Zahnarzt, traumhaft. Fuck, ich springe vorbei. Fuck, ich springe vorbei. Oh. Spring du Hund. Ach der kommt aufs Tor, der ist drin. Ach, mach mich doch nicht, Digi. Ja, Sigi. Der ist drin, komm. Ah, schade. Keiner mehr hinten. Ach komm, dreh dich um. Jetzt rammt er mich im Arsch. Oh. 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 Sorry. Ich bin hinten. Ich bin hinten. Schön, Kevin. Ach, Mann. Ach, Mann. Schade, ich bin hinten. Da ist noch einer. Ich hab ihn gar nicht gesehen. Ach, er rammt mich weg. Mann. Pfosten schon wieder, ey. Nein. Schön, Kevin. Ach, jetzt kommt der nächste. Entschuldigung, Kevin. Schade. Ach komm, mit ner Digiadage kann man nicht schlafen. Vor mir aus können wir weitermachen, ja. Ja, kannst du auch eben vorbeikommen. Ich zieh dir den Zahn. Eben mit Zange. Rohrzange eben so ein bisschen ran und einmal ziehen. Nee, nee. Würde ich nie im Leben machen. Jawohl. Und die kann ich gar nicht wissen, wie der schmerzt, Alter. Den einfach mal so trocken so rauszureißen, weil wir so tief die drinnen sind. Und dann. Und dann. Und dann mal eben so mit Zange rausknacken. Boah. Ja. Ja. Für Düsseldorf führt vier. Drei. Ach, die steigen ja eh ab. Soll der andere spielt wieder nicht, oder doch? Ich dachte schon. Sehr schön. Das hat ihn schön drauf gelauert. Von hinten. Ich komm mit Booster und explodiere, Alter. Was soll das denn, ey? Was ist das? Muss er, muss er drücken. Muss er, muss er nach der Partie mal drücken, äh, Party bilden. Dann bleibt er vielleicht drinnen. Ja, wohl der scheint nicht schlecht zu sein, der Typ. Vielleicht bleibt er ja. Ich komm mit. Ich komm mit. Ich komm mit. Ich komm mit. Was. Guter Pass. Wenn du vier oder fünf Stück hast, kannst du das machen, ja. Ja, kommt da vorne dran, ey. Ja, kommt da vorne dran. Ja. 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 nice nice schöne vorlage guter pass deswegen muss er gleich mal party bilden drücken vielleicht bleibt er drinnen schön auch er rammt mich zwei sekunden steht 32 da passiert nichts mehr das müsste jetzt glaube ich ist das zweite von oben glaube ich wenn ich mich nicht irre da steht dann party bilden das ist ne leider nicht egal Ich geh auch hier mal drauf, ne? Musste nur ins Hauptminute zurück, ne? Dann springen wir, glaub ich, ins neue Match. Oh, wieder drei Belohnungen. Oh, wieder drei Belohnungen. Oh, wieder drei Belohnungen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Noch erste Halbzeit oder schon kurz vorhin oder was? Das ist schon ein gutes Team zusammen oder? Das ist ja Haarland im Sturm, ne? Ja, das ist Bankdrücker oder das ist ja Doppelsturm, Doppelspitze. Das sah auch raus, also in Form raus, also dass er stärker ist oder wie? Verteidiger oder was? Ist Bonucci da noch stark oder? Ist der Bonucci da noch stark oder? Ja, siehst du. Ja, siehst du. Ja. Iconkarte hast du aber nicht, oder? Aber so eine Iconkarte hast du nicht, ne? Ja. Ja. Du musst dir mal, musst du dir mal so ein Popup für deinen Mike holen. Aber jetzt höre ich dich kaum noch. Jetzt hast du glaube ich ein bisschen zu weit weg. Ja. Ja, klar. Klar. Sehr schön. Ja, jazza. Sehr schön. Wie viel zur Minute? Naja, es kann nochmal spannend werden. Leider. Kommt FIFA-Moment und dann... Kobel ist im Tor bei ihm. Auch in Form? Oder normal? Was hat er jetzt... Was hat er jetzt da für eine Grundstärke bekommen? Boah. Das ist schon top. Bisschen mehr hätte er schon verdient glaube ich, aber... Boah doch. Das ist doch schon besser als so ein Courtois oder so. Und der ist doch da bestimmt auch wieder 91, oder? Weil den finde ich ein bisschen überbewertet. Was ist das? 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 Sehr schön. Was ist das? Was ist das? mal eine luft gejagert ich fahr doch schon mit turbo warum explodiert zwei vorbei der ist keiner die 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 auch 4 0 so der gibt bestimmt gleich auf sehr schön der jasser ok da kommt ja letztens auch drauf an ne die die auch genug die im team besser spielen als alleine da die die sind die 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 Och man Ich glaube Jassa ist sauer, der rammt mich nur Ich habe da selber noch reingemacht, aber perfekt Ja Geil Mann Schön Jassa Ich dachte Jassa Na, kommt ja dran Nein Hast du mich gekommen Sehr schön Ja 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 Noch Mann Wer kommt Sehr schön Ach Mann Ja Das war's. 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 Ich bin hinten. Ach, fuck. Schönes Dorf. Ich bleib hinten. Ich dachte, ich kann mir eben den Turbo einsacken, aber... Aber anscheinend doch nicht. Das war's. Das war's. Das war's. Okay. Okay. Ja. Okay. Was? Ich dachte, ich springe aber nicht drüber, Alter. Boah. Richtige Jetpacker. Ui. Jo. Das geht hoher, Alter. Ah, Franzose. Hm. 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 F köst. 174 steht da und battle pass glaube ich 73 174 Jaa, rupfst du über mich drüber. Och man. Och man. Jaa, klar. Jaa, klar. Jaa. 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 Doch. Jasser will verteidigen. Jasser will verteidigen. Man. 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 Ja komm, machen wir das. Aber ich mache nochmal eben ein paar Pakete aus. Eine Herausforderung habe ich noch fertig. Ja, ist halt auch immer eine andere Farbe. Wissen, ich habe doch noch einen anderen Skin, oder? Einen leichten. Ja, ich habe noch einen anderen Skinner. mann starten wir. code of ut